Ja, hallo liebe Freunde des Spiels von Days to Die, wir sind an Tag 4 und haben immer noch kein, wie heißt das Ding denn da, kein Minibike Buch, was ich natürlich sehr schade finde. Ja und heute geht's los, wir schaufeln ein bisschen, ich will ein Feld haben. Ja und heute geht's los. Ja und heute geht's los. So, einmal auspacken alles wieder und dann gehen wir los. Was hier müsste die Scheune sein. Ja und heute geht's los. Mal gucken, hab ich alles bei, die hab ich bei, weil hab ich bei, das müsste eigentlich reichen. Das soll spinnen Ding, ne? Ja, ja sicher. Ha 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 ha, den ersten Amber. Hab ich schon erzählt, ich mag keine Spinnen. Aber was die Viecher von der Reichweite haben, das ist unglaublich. Wo ist die? Wo ist die? Die kann nicht klettern. Ja sicher, ja sicher, ja sicher. Da gibt's doch wohl nicht. Da gibt's doch wohl nicht. Wo ist mein Rucksack. Aber ich bin doch sowieso tot. Mensch, 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 Mensch. Ey, da gibt's doch wohl nicht. Ey, wie blöder bin ich eigentlich? Ja, tief als 80 kann ich nicht sinken. Ich hab mir, äh, in Hildnad 10 Punkte gegeben gehabt. Ist die kleine Spinne jetzt weg? Ach, war ist der Geier. Wo ist denn mein Rucksack? Wo ist denn da mein Rucksack, mein anderer? Der ist weg, den haben die gefressen. Die Schatzkarte, schön. Da ist er doch. Wird noch nicht angezeigt. Jetzt können wir wieder nochmal nach Hause gehen und es wieder leer machen. Ist doch kacke. Ist aber doch, ey. Aber da wird das scheiß Farmhaus. Von Spinnen bewacht und von vier Hunden. Wo ist meine Beile? Ich hab ne Beile gehabt. Hier. Okay, immer noch Farmhaus. Immer noch nachgucken, ob wir irgendwo ein, äh, Mopedbuch finden. Mit Mopedbuche hat nämlich nicht passiert. Mit Mopedbuche hat nämlich nicht passiert. So? Direkt in der Beile. disgust, Frau Sch however... Sorry, Drecksviecher. Scheiß-Göter-Scheiß. War auch noch. Hermann W SNL Old MacDonalds hier. Ich kann da nur geblutet haben. Und die Blutung habe ich nicht gehört. Normalerweise hört man die Blutung hier. Aber die Blutung war so leise, ich habe die nicht gehört. Die arbeiten mit unfairen Mitteln. Boah ey. Ich wusste, dass ich nie zum Farmhaus gehen will. Aber ich habe kein Mopedbuch. Muss ja nichts. Bei wenigstens ist der Rucksack da. Und wird angezeigt. Hier war ich schon. Wie ist das scheiß Spindling? Die haben 30 Schuss aus der SMG abgekriegt. Ich habe da voll reingehalten. Da ist nicht eine von kaputt gegangen. Also langsam frage ich mich auf. Was mache ich falsch? Moment. Die fressen jetzt meine Leiche nicht noch. Dann habe ich zurückgezogen in die scheiß Wohnböde da. Das ist wie früher bei Ultima Online. Da bin ich auch kaputt gegangen in den Oben. Jetzt hat man einen schönen Schalldämpfer hier, die Waffe. Nee, doch nicht. Mann, Mann. Da war ich so stolz. Ja, bis 9 Uhr nicht gestorben ungefähr. Ja, doch. Bis 9 Uhr schon. Bis 6 Uhr nicht gestorben. Immer dran denken. Jeder vernünftige Mensch würde das sein lassen. Aber ich bin kein vernünftiger Mensch. Ich will meine Rucksäcke wieder haben. Alle. 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 Da sitzt schon wieder eine drin. Und rennt nur eine da hinten rum. Ich dachte ja erst, die Savanne wäre das tödliche Gebiet. Und weil ich die eine Spinne gestern getötet habe, habe ich gedacht, ich werde mit denen fertig. Ja, scheiße ist. Önnehm豚. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der neue Rucksack der Tote wird auch nicht angezeigt. Wieder der mit der SMG und der andere. Wir müssen die Sniper machen. Oh, die Fresse du bist. Und dahinten, der ist hinter dem toten Baum da, rennt wieder so ein Scheiß-Drecks am Ricken Bull Terrier rum. Mein Gott, ist das ein Spiel. Da ist eine Schlange. Und Lotte schon wieder. Lotte, pass mal auf. Lotte, da hinten in der Richtung rannte der Bulle gestern rum. Da hinten irgendwo. Nicht hier. Da auf der Karte wird der mir auch nicht angezeigt. Gleich da, aber da ist der Hund. 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 Das ist schon wieder so ein scheiß amerikanischer Bull Terrier. Das ist schon wieder so ein scheiß amerikanischer Bull Terrier. Das ist eigentlich ein Eimer. Ja, boah, ich hatte mir das so schön vorgestellt. Da ist irgendwo das Muppetbuch und was ist? Das haben die Spinnen gefressen. Das ist schon wieder so schön vorgestellt. Das ist schon wieder so schön vorgestellt. Ich schaue es, als wenn ich noch mehrere leere Gläser hätte. Da ist ein Feuerwehrmann wieder. Erz in Blumen. Das ist schon wieder so schön vorgestellt. Ich guck mal eben nach, wie oft ich gestorben bin. Ich stelle noch mal die Schmelzer an und mache den Garten oben einmal ganz kurz. Das ist schon wieder so schön vorgestellt. 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 Das kann ich gar nicht anpflanzen. Das kann ich gar nicht anpflanzen. Aber dem ist wohl nicht so. Das ist schon wieder so schön vorgestellt. 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 Ich hole noch mal einen Eimer Wasser. Ich guck mal erstmal nach, ob hier irgendwo Krokodile sind. Nicht, dass ich gleich meinen Arsch los bin. Boah, hier will alles unseren Arsch fressen und ich will deinen Arsch fressen. Ich habe mich noch nicht über die Drogen, jetzt sagen, ich mache lustig. Das ist eine Idee, ich würde mich für die Drogen machen zeigen. Ich habe den Arsch fressen und ich habe es auch immer ganz schön. Ich mache es. Ich habe das Drogen gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020